Servus zu einem kurzen Video zu Star Wars Outlaws. Meine kurzen Gedanken zum Spiel, also nicht zum Inhalt, auch nicht direkt zum Spiel selbst, sondern zur Preispolitik dieses Riesenkonzerns, genannt Ubisoft. Wir haben hier die Standardedition 70 Euro, Goldedition 110 Euro, Ultimate Edition 130 Euro oder Ubisoft Plus für 18 Euro im Monat. Wer die Standardedition kauft, bekommt also das Spiel und irgendeinen Vorbestellerbonus. Ich sage euch immer gleich, vorbestellen ist meistens ein Schaß, weil der Bonus oft sinnlos ist und ihr die Katze im Sack kauft. Also vielleicht auf den Release-Tag warten, eine Demo spielen, sofern es eine gibt, oder einem Bekannten oder einem Streamer, der nicht gekauft ist, der das nicht quasi geschenkt bekommen hat und dann halt positiv darüber berichtet. Zuschauen, sich das Spiel anschauen, diverse Videos schauen, YouTube etc., wo auch immer, ein Bild machen und dann kaufen. Deswegen auch gleich mein zweiter Kritikpunkt an heutigen Spielen, das ist jetzt Ubisoft unabhängig. Der drei Tage Vorabzugang ist sehr populär in den letzten Jahren. Du zahlst dann, du siehst hier die Hölle. 110 Euro dafür. Für drei Tage früher spielen und dem Season Pass. Season Pass ist das nächste Unding, das ich persönlich nicht sehr leiden kann. Da zähnst du das Geld aus der Tasche. Dann hätte man die Ultimate Edition, wieso soll man das kaufen, weiß ich nicht. Sicherlich sinnlose Packs, wie immer, und ein digitales Artbook. Wow, 130 Euro, das sprengt sogar die Diablo 4 Sache mit. Was hat das gekostet? Ich glaube 100 Euro. Absurd. Also vielleicht will aber auch Ubisoft gar nicht, dass man diese drei Editionen kauft. Vielleicht will Ubisoft eigentlich nur, dass man Ubisoft Plus nimmt. Weil bei Ubisoft Plus, das muss man sagen, 17,99 Euro im Monat, kann ich das Spiel quasi ausprobieren für 17,99 Euro, wenn ich rechtzeitig daran denke, dass ich auch das Abo sofort wieder kündige. Die meisten Spieler werden aber nicht so schnell sein, dass sie in einem Monat das Spiel durchspielen, vor allem ältere Personen mit Familie etc. Das heißt, die werden vielleicht länger brauchen. Möglich. Aber vielleicht baut Ubisoft auch auf Leute, dass die einfach 1, 2, 3, 4, 5, 6, ein Jahr länger auch das Abo vergessen und einfach immer zahlen. Und wenn das einige Tausende bis Millionen Leute machen, dann zahlt sie das für die Firma natürlich super aus. Also manchmal kommt mir vor, als wären die Preise so quasi Deppenpreise. Ja, wir zocken einmal die Leute ab, die das Spiel kaufen wollen und natürlich vorbestellen. Ja, die Katze im Sack kaufen. Und quasi das FOMO, nicht? Oder wie man das nennt. Und für die Leute, die denken, sie exploiten das. Ja gut, das können wir als Konzern verkraften, wenn der 18 Euro zahlt, das Spiel in einer Woche durchspielt oder in zwei, innerhalb eines Monats und das Abo wieder kündigt. Aber bauen wir drauf, dass es viele Leute gibt, die sich denken, passt, dann lassen wir das Abo oder vergessen sogar auf das Abo. Also ich würde mir wünschen, dass viele Leute sich ein bisschen bewusst werden, dass man vielleicht das Spiel nicht immer vorbestellen muss. Vor allem nicht, naja gut, es gibt ein paar gewisse Spiele, Schmieden, Publisher, wo man sagen muss, da ist Vorbestellen vielleicht nicht so angebracht. Ein bisschen abwarten, was da wirklich rauskommt. Und natürlich, dieses Spiel mit der Lust, ich möchte schnell dran sein, drei Tage vor Abzugang, dass man da dann einfach viel mehr Geld drauflegt, ist verrückt. Und ich bin selbst auch natürlich ein paar Mal schon drauf, wie gesagt, bin reingefallen halt. Habe es selber schon mal ein paar Mal gemacht, natürlich. Weil man möchte ja zu denen gehören, die ja als Erster das Spiel spielen. Was aber eh nicht stimmt, weil es kriegen sowieso diverse Content-Creatoren und Influencer das Spiel schon Wochen davor zum Testen. Das heißt, man ist eh nicht bei den Ersten dabei. Und bitte, fallt es nicht drauf rein, auf die Leute, die das Spiel geschenkt kriegen, dann das Spiel, die ersten drei Tage spielen, damit massive viele Leute sich das Spiel auch kaufen, die längst dann meistens eh wieder weg, diese Influencer. Die spielen das ein, zwei, drei, vier Tage, dann ist es weg, wenn der Hype vorbei ist, wenn es quasi ihre Kohle abkassiert haben oder den Gratiszugang, was auch immer. Schaut es bitte drauf. Also, wenn ihr es machen möchtet, macht ihr es natürlich. Jeder ist frei in seinen Entscheidungen, aber tut es euch nicht so, wie soll ich sagen, verleiten lassen auf den niederen Instinkten. Ich muss schnell dabei sein, ich muss das jetzt haben, vorbestellen. Vorbestellen ist heutzutage eh ein Schaß, vor allem bei so großen Firmen. Dieses Vorbestellen, früher wichtig, natürlich physisch, physisch, ich muss dabei sein, das geht aus, scheiße, es gibt kein Exemplar mehr. Das ist heute eh nicht mehr der Fall. Ich meine, ich lade das Spiel runter, was muss ich da noch vorbestellen, damit ich den Vorbestellerbonus kriege? Wow, wartet jetzt einmal, der Vorbestellerbonus ist ein kosmetisches Paket für deinen scheiß Gleiter und ein kosmetischer Gegenstand für die Bahnbrecher, das ist glaube ich das Schiefe in dem Spiel. Wow! Also bitte, lasst euch nicht verarschen. Danke. Und wenn es euch freut oder auch nicht, ein Abo, ein Like. Dankeschön. Danke.